Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zum Fernbus Reloaded Coach Simulator. Weiter geht's am 24.12. Eine kleine Folge als kleines Weihnachtsgeschenk vielleicht, nennen wir es so. Ich wünsche allen natürlich frohe Weihnachten und eine kleine Runde drehen wir oder fangen mal wieder in der Karriere weiter an. Eine Strecke habe ich mir eh schon zusammengestellt, auch und zwar Duisburg-Köln, die werden wir heute fahren. Genau. Wobei wir noch den letzten Speicherstand laden werden. Weil es uns passt, glaube ich, das Ganze nicht. Jo, in den nächsten Tagen müssen wir schauen, wie ich dazukomme zum Aufnehmen in den Feiertagen. Da ist alles komplett random. Und ich weiß nicht genau, wann ich da wie wo zum Aufnehmen komme. Gut, dann sind wir hier im Bus und aus irgendwelchen Gründen. Schaut die Grafik nicht so geil aus. Was ist da los? Okay. Das ist auch geil. Na gut, dann stellen wir das gleich rauf. Aber Spielqualität brauchen wir jetzt nicht ganz auf EP, obwohl es eigentlich eh kein Problem ist. Jetzt, glaube ich, stellen wir es rauf. So, gefällt mir das schon besser. So, dann müssen wir uns, glaube ich, auslocken. Und dann haben wir das Ganze hier abgeschlossen. Das war jetzt letztes Mal hier gespeichert, glaube ich. Sehen wir das letztens durchgegangen? Ich weiß es gar nicht. Schaut aber ganz okay aus, würde ich sagen. Alles im grünen Bereich. Ein paar EP haben wir bekommen. Level 2 sind wir. Sehr schön. Das geht auf Fortsetzen. Karriere. Genau, wir werden die nächste... Fortsetzen? Schauen wir mal, was bei Fortsetzen steht. Achso, das ist ja... Ah, Moment einmal. Ah, cool. Ja, so cool es auch ist. Wir wollten eigentlich... Eigentlich wollten wir ja einen neuen Bus nehmen, oder? So, wie machen wir das am besten? Wir haben zwar den Speicherstand. So, bevor wir hier noch Probleme kriegen. Ja, Stufe 1. Vielleicht hört man es ganz leicht im Hintergrund die Musik. Aber ich will da... ...keine Probleme bekommen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen... ...wir müssen es ganz abdrehen, leider. Ihr kennt ja das Problem. So, noch einmal. Duisburg... ...Köln wäre eigentlich unsere zweite Route... ...weiter... ...realistisch. Aber als erster müssen wir ja unseren Spielstand einmal laden. Und dann schauen wir uns an, wie das mit dem Bus funktioniert. So, das heißt, im Prinzip fahren wir dann von hier weiter. Nur wollte ich einen anderen Bus nehmen. Wir locken uns hier mal aus. Dann haben wir das nämlich beendet. So funktioniert das nämlich. Das ist ganz einfach. So. Achso, jetzt brauche ich hier eigentlich... Gehen wir auf Karriere. Sind das meine Routen? Ja. Das wollen wir jetzt keinen Blödsinn machen. Wir haben die Route. Fortsetzen ist jetzt... Dann springt er wieder witzigerweise... ...mit dem Bus rein. Wie kann ich... ...und wo kann ich hier... ...den... ...hmmm... ...wo und wie kann ich hier den Bus wechseln? Ich habe keinen Plan, Freunde. Route laden. Realistisch. Aha, Moment. Neoplan Skyliner. Wollen wir das einmal? Dann hätten wir heute auch einen neuen Bus am Start. Und ich stehe jetzt wo? In Duisburg. Perfekt. Ja, Freunde. Das ist der... ...Neoplan. Der neue Bus. Und sagen, steigen wir mal ein, oder? Relativ groß. Naja, gut. Nice. Hier kann man noch aufgehen. Coole Sache. Wieder runter. Setzen wir es mal hin. So. Ja. Köln über Düsseldorf. Das sieht schon gut aus. So, Moment einmal. Moment einmal. Rauf auf 32.5, das passt. Das passt, Freunde. Das sieht schön nice aus. Eigentlich darf es funktionieren. Licht. Checken wir auch gleich. Geht auch. Abwendlicht. Perfekt. Jo, vielleicht habe ich nicht allzu viel Zeit. Auf diese Weihnachtsfolge, aber wir fahren einmal die Leute abholen, würde ich sagen. Die Tür zu. Ja, anscheinend ist es noch einmal grande. Wenn es am Abend interessiert, vielleicht komme ich noch zu einer Runde Battlefield oder erst morgen oder weiß ich nicht, wie es ausgeht. Heute oder morgen noch am Livestream wieder für Battlefield, wer dabei sein möchte. Spielen oder zuschauen. Das hat er gewünscht übernommen. Okay, so funktioniert es auch. Oh, da haben wir jetzt gleich Startschwierigkeiten. Aha. Okay, da muss ich noch alles ein bisschen fein einstellen dann. Aufpassen, da sind wir jetzt ein bisschen länger als wir nehmen ein, glaube ich. Okay, so. Okay. Perfekt. Oioioioioioioioi. Da muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt spüren wir heute die grüne Welle. Das ist ja so, gell. Von außen schauen, sonst sehen wir nämlich nichts. Linkes, ah da unten drauf. Okay, alles klar. Erfurt Berlin 12 Uhr. So, jetzt fahren wir noch vorsichtiger. Im nächsten Part werden wir dann ein paar Leute mitnehmen, die alle schon Wünsche hatten, wenn wir mitfahren. Okay, du hast vorlang. Das machen wir dann bei der nächsten Tour. Da fahren sie alle mal so mit. Jeder kommt ja oder will ja von woanders irgendwo hinfahren. Aber das macht nichts. Das werde ich einfach dann so dazusagen. So, Kollege. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das hoffe ich für dich auch. Wir checken mal die Leute ein. Würde ich sagen. Hallo, das Ticket, bitteschön. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Servus. Köln, die ist meine Richtung. Cool. Na, ist perfekt. Können Sie mal die Gepäckluten öffnen? Ah, sorry, ja. Ich vergiss jetzt mal. Ich bring das hier. Dankeschön. Das gibt die Ticket ab, Ticket zu sehen oder? Grüß Sie, mein Ticket? Dankeschön. Dankeschön. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja. Auf geht's. Alles klar. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Willst du, check mal nur den Namen, sonst schau ich gar nicht. Guten Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ist das passt. Und so, ja. Ciao. Ciao. Hallo, das Ticket. Bitteschön. Mhm. Sehr freundlich. Perfekt. Ritze, hier ist mein Ticket. Danke sehr. Perfekt. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Okay. Auf geht's. Perfekt. Perfekt. Alles zu. Allt drinnen. So, wir probieren. Ja, ja, schön, ja. Ich will das erst drehen, dann. So, Freunde, würde ich sagen, fahren wir noch einmal los. Die Tür zu. Oh, Kollege. Wie komme ich noch einmal in die Mediathek? Okay. Dann, Freigabe, bitte schön. Haben wir erledigt. So ist gleich der Unfall. Was? Naja. Wir werden verknopfen. Das ist aber auch ein Pimpi. Jetzt kann ich mal rechts grünen, sehr schön. Wow. Das ist ein Nillkech. Dann habe ich euch die Leiste eingeblendet, dass ihr ein bisschen eine Info habt. Ah, er fährt sich ja noch ein bisschen anders. Das ist der Ampel, ne? Ja, Freunde, ich würde sagen, das war es einmal für heute. Recht herzlichen Dank. Ich muss heute, ja, heute der 24. Das ist ein bisschen weniger Zeit, aber nächstes Mal, mal schauen wir da wieder, da fahren wir wieder ein bisschen länger, aber viel mehr als 25 werden wir uns auch nicht aufhalten. So, gehen wir gleich auf Escape, weil es gerade grün ist. Da werden wir gleich abspeichern. Aber ich glaube, das ist immer eine ankenehme Länge. Das will ich jetzt ja durchziehen, nicht, wenn es geht, nicht über 20 Minuten. Noch im Sonderfall, dass wir so, wenn wir gerade 19, 18, 19 Minuten haben und wir sind gerade kurz vor dem Ziel, werden wir das vielleicht noch abschließen. Aber im Normalfall schauen wir, dass wir nicht über die 20 Minuten vielleicht kommen, wenn es sich irgendwie ausgeht. Ich glaube, das letzte Mal ist es ja schon wieder nicht geschafft. Aber ne, ich mache es zumindest einmal vor. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nochmal alle frohe Weihnachten und ja, entweder heute oder morgen. Vielleicht kommt ja auch wieder ein Battlefield 1 Live-Stream. Das für alle Shooter-Fans. Jo, danke fürs Zuschauen. Das war eine kleine Weihnachts-Special-Folge. Extra für euch. Und die Tage seht ihr dann eh, was alles kommt. Und ja, kann auch sein, dass der eine oder andere Tag mal komplett frei ist. Aber gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.